Moin Moin, Stefan hier vom Weekend Warrior Shop. Dieses Mal mit einem kleinen Video zu Mamba-Systemen. Henna hat dazu ja schon ein ausführliches Video gemacht bei uns auf dem Kanal. Bei mir geht es jetzt gleich ein bisschen um so ein paar technische Kniffe. Was, wie, wo, wo muss ich drauf achten? Was kann man machen? Was sollte man nicht machen? Und wenn was nicht funktioniert, wo gucke ich einfach mal? Da hoffe ich mal, oder da gab es ein paar Fragen zu. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Dann bis gleich. So, jetzt einmal zu unserem Mamba-System. Henna hat euch das ja schon erklärt, wie das Ganze funktioniert. Hier nochmal. Der hier wird an den Markierer geschraubt, unten in den Aser rein. Genormtes Gewinde sollte passen, kein Problem. Hier sind nochmal zwei Dichtringe drauf. Das ist dieselbe Größe wie bei den Druckluftflaschen. Das ist jetzt ein Power-Air-Mamba. Es gibt da natürlich verschiedenste Varianten von, verschiedenste Hersteller. Dann hat dieses Mamba-System kein On-Off. Ist meiner Meinung nach dann sinnvoll, wenn man die Flasche immer in Griffbereitschaft hat. Weil der On-Off macht ja quasi, dass du hier ein On-Off zum Zu- oder zum Aufmachen, dass du dann einfach zumachen kannst, kannst das Mamba-System vom Markierer lösen, ohne dass du hier zudrehen musst. Wenn man das nicht hat, so wie jetzt, würde ich die Flasche nicht hinten auf dem Rücken transportieren, sondern irgendwo an der Seite oder so, dass ich rankomme. Das ist halt dann immer eine gute Variante dafür. Irgendwo in einer Pouch an der Seite oder halt am Gürtel, wie auch immer, wie man das mag. Dass man einfach, wenn man den Markierer lösen will, drehst du ja quasi hier dann einfach auf und fertig ist. Jetzt einmal ein paar technische Sachen. Hier oben der Drehknopf kann man bei den Low-Budget-Versionen mal haben. Oder hatte ich auch schon mal, dass ich hier die Madenschraube löse. Man kann den Drehkopf ganz runterdrehen. Einfach mit der Madenschraube fixieren. Sollte im Normalfall eigentlich fest sein. Hier ist dann immer so eine kleine Madenschraube irgendwo. Das ist auch bei allen Mambas gleich. Egal, ob du eins für 40 Euro hast oder eins für 80 Euro. Oder ob da jetzt, keine Ahnung, welcher Markennammer da drauf steht. Auch einfach nicht mit Gewalt drehen. Festmachen. Dann Flasche reindrehen. Dann das Mamba reindrehen. Druckluft ist da. Fertig ist. Hier sitzt auch noch einmal ein kleiner Dichtring drin. Der sollte auch auf allen Spielfeldern eigentlich so zur Verfügung sein, falls der mal weg ist. Im Normalfall ist da aber nichts mit bei. Zurückziehen. Raufstecken. Festzumachen. Fertig ist. Und ihr könnt wunderbar mit dem Mamba spielen. Kleiner Tipp noch von mir. Wenn ihr quasi einen On-Off habt, mache ich das immer gerne so. Markierer ab. Hier zudrehen. Dann hat man noch ein bisschen, also quasi ganz aufmachen sozusagen. Dass die Flasche nicht mehr geöffnet ist. Dann einmal kurz den On-Off aufmachen. Der ganze Druck entweicht. Und man kann ganz einfach die Flasche entfernen. Und kann die Flasche halt abschrauben. Das schont noch ein bisschen das Gewinde. Das ist auch immer optimal. Macht das auch so bei der Position des Mambas, dass ihr quasi die Flasche so habt, dass euch der Schlauch möglichst wenig einschränkt. Deswegen eben ja auch schon mein Tipp mit dem Schlauch an der Seite haben. Oder die Flasche an der Seite haben. Dann hat man möglichst viel vom Schlauch und kann da sehr viel machen. Was hier noch interessant ist, solltet ihr hier ein On-Off haben. Dann verbauen die ganz häufig auch einfach die Dichtringe, die du quasi auch auf der Flasche hast. Oder die auch hier verbaut sind. Sollte da dann mal was undicht sein, kann man den quasi einfach dann auseinander bauen und tauschen. Im Normalfall funktionieren die Dinger aber problemlos. Ja, das war es soweit dazu. Vielleicht noch, falls jemand einen Cobra Mamba hat. Das sind die mit diesen kleinen, die nicht diese großen Füllnippel haben, sondern diese kleinen dünnen Spitzen. Und die hier auch quasi nur die kleine Öffnung haben. Solltet ihr da dann den Füllnippel tauschen wollen. Zum Beispiel bei der T15 PDW. Oder aber auch bei der T15 DMR Schulterstütze. Guckt immer, dass ihr es ein bisschen warm macht. Teilweise sind die Nippel mit Loctite eingeklebt. Das heißt, wenn ihr da mit der Zange dran rumreißt, zerkratzt ihr alles, macht das Gewinde kaputt. Deswegen da ein bisschen vorsichtig sein. Ein bisschen warm machen, dann kann man es entspannt losschrauben und tauschen. Dass man quasi auch sein Cobra Mamba dann an der PDW oder auch an der DMR verwenden kann. Das war es eigentlich auch schon dazu. Übrigens noch, das war es noch nicht ganz. Auch wenn man hier die Flasche reinschraubt, muss die Flasche oben trotzdem funktionierenden Dichtring haben. Das ist wichtig. Sonst zischt es da, beziehungsweise hier ist in der Regel immer ein kleines Löchlein. Das haben wir jetzt hier unten, wo es rauszischen würde. Zischt es hier raus, dann wird es zu 99% der Dichtringe hier drin sein. Zischt es an diesem Ende raus, quasi unten am Markierer, dann sind es diese Dichtringe, die nicht dicht sind. Man kann hier auch, wenn man das, falls mal hier was locker sein sollte, oder falls man hier mal den Schließmechanismus tauschen möchte, einfach ein bisschen Teflonband rum. Das sollte auch schon dicht halten. Das braucht man nicht unbedingt wieder mit Loctite einklingen. So, jetzt war es das aber von meiner Seite aus. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis denn. 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 Und bis denn.